Die erste Auslieferung weltweit des brandneuen BMW M3 Tourings durfte ich mit begleiten und meine Highlights des Fahrzeugs sind definitiv der extrem große Kofferraum und Stauraum, die 510 PS unter der Haube und natürlich das brandneue BMW Curved Display, was sehr intuitiv ist. Für weitere Infos zum Auto schaut mein aktuelles YouTube Video über den Link im Profil.